Musik Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen zu einer Runde Titanfall. Mein Name ist Zander und wir spielen heute zusammen mit dem Rotpilz. Hallo. Und dem Earlyboy. Braumal. So. Ja, Titanfall ist ja jetzt seit zwei Tagen draußen. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir mal so ein bisschen Video. Ein bisschen bum bum mit den Pistolen und den Gewehren. Bisschen peng peng. Und ein bisschen fliegen und oh, das macht Spaß. Und da unten sind Gegner. Nur noch 100 Meter. Los, stirbt doch. Spiel man auf jeden Fall mega fern. Und wir spielen gerade Hardpoint. Das bedeutet, es ist nichts anderes wie aus Call of Duty kennt ihr es als Herrschaft und in Battlefield Kongfest, glaube ich. Weiß gar nicht. Ja, Kongfest. Kongfest ist ja der Flach einigen. Wir müssen einfach nur Punkte einnehmen und die halten. Genau. Und das Ganze geht mit den Titans zusammen auch noch mega ab. Und mir fällt gerade auf, ich habe die falsche Lassen gewählt. Sind das eigentlich alles Gegner oder gibt es hier auch NPCs? Es sind Gegner. Muss ich mal Tab drücken. Sind alles Gegner? Ne, nicht alles. Es gibt NPCs. Ihr habt ein Zivilisten getötet. Aber du kriegst genauso Punkte für die NPCs wie für die anderen. Okay, weil ich bin nämlich, ich bin nämlich, ich bin nämlich, ah, fuck, der hat glaube ich gerade, okay, jemand hat ihn gerade auf. Nein, der hat mich wohl. So, ich bin mir ein bisschen sniper'n jetzt hier. Reiz da, ne? Wo bist du? Hier, ich bin bei euch. Wir sind alle hier. Geil, geil. Dann lass mal zusammen gehen. Was habt ihr für Klassen und für Waffen? Erzählt mal. Ich bin hier der erste Angreifer oder so, keine Ahnung. Ich kenne mich in dem Spiel noch gar nicht aus, deswegen habe ich absolut keinen Plan. Was ist das erste? Erste weiß gar nicht genau. Nein, wo bin ich denn jetzt reingefallen? Wuppels, bin hinter dir. Bin hier im Inneren bei der Rakete oder was? Oh, da links war einer. Da ist ein Gegner. Oh, dir weißt du, was du für eine Ausrüstung erzähl mal. Ja! Ich hab, nein, von hinten! Und er hat mich geholt, so eine Scheiße. Ähm, ich hab ne Sniper dabei. Ist auf jeden Fall mega geil, weil die ist fast One-Shot, die geht richtig ab. Oh, krass. Und man kann am Anfang, wenn man die gerade erst freigeschaltet hat, auf jeden Fall richtig krass XP mit dem Ding fahren. Also ich kann's euch nur empfehlen. Ja, und ich hab, äh, das, wie heißt es, das Attentäter-Kit und das mit einer Smartpistol. Die Smartpistol, die visiert die Gegner an. Je, je, je weiter die entfernt, äh, sind, desto ungenauer visiert die die an. Und, äh, der hat ne Tarnvorrichtung und kann irgendwie länger an den Wänden sprinten und so ne Kacke halt. So, ich kann jetzt gleich mal einen Titan holen. Ich noch nicht. Kann ja Outlier holen. Oh, fuck! So, wie ihr gesehen habt, da hab ich gerade Online ausgeschaltet. Die sind ja echt ein bisschen dumm, ne? Ja, ja. Ja. Das Einzige, was mich wirklich an Titanfall noch richtig aufregt, ist, dass, ähm, dass du einen mit nem, mit nem Tritt einfach töten kannst. Ja. Mit einem Tritt. Ja, mit nem Tritt. Lol. Was war das denn jetzt gerade? Ja, der hat, zum Beispiel, einer hat mich jetzt gerade getreten. Also der hat mich in der Luft getötet, ich hab das gar nicht wirklich realisiert. Ich lauf jetzt einfach über den drüber, Alter. Titan bereit. Ähm, gut. So, alles klar, ich hab nen Titan. Wo seid ihr? Du bist da oben bei A. Ja, ich bin A. Titan, wir kesseln den ein, ich hab auch meinen Titan. Ich, ein paar Ballern auch runter, wir gehen alle in die Titans. Ja, links ist, Alter, hier ist alles voll mit Titan. Komm runter. Den Olli, den Olli, den Olli. Auf da, das ist ein Auto-Title. Rein da, mein Freund. Nein, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Oh, fuck. Ich werd, glaub ich von zwei, drei. Ich helfe dir, ich helfe dir, Tana. Alles klar, Titan ist kaputt. Da ist noch einer. Da ist noch einer, da ist noch einer. Wo? Oh, oh. Gib ihm. Oh, ich kann nicht schießen. Wenn er verletzt ist, also wenn er diesen, 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 diesen Atombalken oder was das heißt, diese Zeige da hat, dann musst du hingehen und, äh, auf ihn hin, auf ihn zugehen und der C drücken. Ey, wir müssen mehrere Punkte einnehmen, wir haben B schon wieder verloren. Soll, da ist ein Titan drin. Na, ich weiß. Ich hab Brodio, ich hab ihn auf mir drauf. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hol ihn runter, hol ihn runter. Hol ihn runter, Hilfe. Warte. Moment, wir machen den Jungen da. Okay, bei B, bei B hab ich ihn, äh, bei B hab ich ihn rausgeklärt. Bei B kommt aber grad einer rein. Da ist noch ein Titan auf dem Weg. Ja, es war da geil. Komm mal auf, hinter dir. Weg, weg, weg. Ja, ich bin tot. Oh, fuck, oh, fuck. Oh, fuck. Hast du gesehen, wie ich den gekillt hab? Oh, shit. Tritt in den Arsch. Tritt in den Arsch. Herausforderung abgeschossen. Titan-Killer. Oh, fuck, da ist ein Titan. Hier ist ein Titan drin. What the fuck ist das für ein Anti-Dyte-Dyte-Dyte-Dyte? Nein! Ah! Scheiße, der hat mich in Tod geweiht, hat er mich noch umgebracht. Der Hund. Alter, ist die Waffe geil. Die macht so ein Iron Beam. Du hältst gedrückt und der... ...kommt so ein richtiger, keine Ahnung, Kaboom-Ding raus. Oh, fuck. Titans. Ich bin tot. Da oben stand so ein Scheiß-Scharfschützer drauf, der einfach mit drei Schüssen, glaub ich, schießt. Ja, hab ihn gerade, ob ich gerade gesehen hab. Red Titan ist sofort bereit, geil. Oh, holy shit, nothing, fuck, fuck. Ich bin schon mal, ich fiel einfach nur endlos ab, ey. Ja. Haha, ich hab einen gerade umgetreten, das ist so dumm. Ah, das war Verschwendung jetzt. So. Oh. Nein! Hat er mich von hinten geholt. Oh, die Waffe war so geil. Komm, nochmal zu, wie der Titan gerade... Oh nein, oh Gott. Ich bin außerdem auf einen draufgesprungen, wollte es gar nicht. Ich will mal Titan holen. Titan, schnell. Fuck. Und zack, Reiner. Geil, Alter, ich bin auf den Titan drauf. Ich bin auf den Titan drauf. Erfältchen. Du musst mit der Taste runter. Wenn du auf einem Friedlichen bist. Er ist kaputt. Ich hatte meine Dinge jetzt, äh... Ja, ich war auf dem Feindlichen drauf. Auf dem, den du, äh, auf dem, den du gerade zerstört hast. Hab gerade noch keinen zerstört. Wow. Ich komme hier rein und sehe auf einmal nichts mehr. Mein Schild ist instant kaputt. Lol, das ballert ein, das Schild da richtig auseinander. Wo ist der denn, der, wie der geschossen hat? Holy fucking. Wir müssen auf jeden Fall Punkte einnehmen. Wir müssen C einnehmen. Glaube auf dem Dach. Ich springe mal zur C rüber. Hauptsache, wir spielen das richtig competitive. Gefällt mir richtig gut, ey. Ich habe jetzt gedacht, wir spielen das so aus Spaß, so voll casual. Fuck, ich bin tot. Draußen sind Titan. Bei C? Ja. Und raus hier. Fuck. Der hat mich fast auseinandergenommen. Aber nur fast. Oh Gott, wir müssen die Punkte einnehmen. Muss aufsteigen. Wir müssen die Punkte einnehmen. Das, hier draußen bei C, bei C, bei C. Scheiße, ich bin wieder tot, Alter. Maaann. Das ist so krass. Das ist so unglaublich. Gerade beim Rüberlaufen. C wird eingenommen. Boah, wir haben gleich alle Punkte. Noll! Fuck, der hat mich holt. Oh Mann, wir haben uns gegen die in die Passe getriegt. Holy fucking no. Oh shit. Oh, ich bin hinter dir. Lass ihn angreifen. Halt, Duck! Oh shit. Lass ihn angreifen, komm. Der muss vor der Deckung gehen. Einmal getroffen. Bei C geht die Party ab, ne? Sauber. Der ist dein Arsch. Jetzt komm, komm. Ich bin tot. Komm, Ölbo, einmal noch. Kill ihn für mich. Der ist über mich drüber gelaufen. So ist es wirklich. Einmal schieße noch, dann ist er weg. Wie, ich habe einen Talben? Oh shit. Nein, jetzt hat er mich doch noch geholt im letzten Moment. So eine Scheiße. Egal, ich habe mir jetzt Zeit hin. Wir müssen C holen. B verlieren wir gerade. Ich habe mich schon gewundert, warum die überhaupt nichts einnehmen. Die haben ja gerade nichts gemacht. Ja, Mann. Hallo Leute, ich brauche hier hinten mal Arme, ich unterstütze dich. Jawohl, ich bin auf dem feindlichen Titan drauf. So, zack, auf. Und rein da. Komm, 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 komm. Hier sind vier Titan. Ah, er hat mich bemerkt, scheiße. Okay, mein Titan ist bereit. War einfach besser als ich, der Titan. Hier sind fünf Titans, hier sind fünf Titans, 2,8. Lalala. Junge, wie viel Titans hier rumlaufen. Dieser scheiß Scharfschutzlaube auf dem Dach, ne? Der geht mir richtig auf den Bus. Oh, gerade noch so weggekommen hier. So, jetzt gucken wir nochmal, wie der Titan da runterkommt. Kommt er von dem Raumschiff runtergeflogen. Zzzz. Block. Und rein da. Zack. Müssen B noch reinnehmen. Und A wird wieder angegriffen. A. Ja, bin auf dem Weg. Nein, oben auf dem Ding haupt der, das A-Floch. Aber A sind nur Auto-Titans. Ich hab einen. Oh nein, ich kriege niemanden Schiff. Alter, was hat der denn für ne... Der hat überhaupt keinen Schutz, dieser Spasti. Pilot, der fasst dich. Oh, shit. Ich hole meinen Titan. Wir müssen auf jeden Fall A oder B einnehmen. Lass am besten B einnehmen erst. Ich bin gerade noch bei A. Okay, dann komme ich nach A. Ich habe einen Titan. Wollt ihr gerade B? Wo ist der Hund denn? Der ist die ganze Zeit. Pilot, der fasst dich. Oh, ich sehe den nicht mehr. Park von hinten. Ich bin wieder an Titan. Da ist hier ein Titan drin. Hier ist ein Titan drin. Wo kam der Schuss denn jetzt? Ich checke es gerade gar nicht mehr. Ich komme gerade bisschen nicht auf mein Leben klar. Ey, wow. Leute, wir müssen jetzt sofort A einnehmen. Das haben wir verloren. Wir haben verloren in zwei. Warum? Wir haben doch eigentlich den größten Teil. Alter, wir haben den größten Teil der Zeit eigentlich immer alle Punkte gehabt. Los, spring doch raus. Spring raus. Oh. Boah. Ja, wir haben jetzt am Ende nicht mehr so. Bist du was schon abhauen? Ja. Zander, bleib da, wo du bist. Da müssen wir nämlich raus. Ankunft in ein paar Sekunden, okay. Boah, Felix, nicht sterben. Ich will einmal, will ich es schaffen. Einmal. Ich bin gerade in der Nähe von dem Baumschiff. Ich will nur einmal überleben und es da rein schaffen. Versteck mich einfach gerade. Fuck. Ich hoffe, bei Gott, mich sieht hier keiner. Du musst einfach nur nach oben. Komm, Rudi, Rudi, Hilfe, Hilfe. Du musst aufs Dach, ne? Ja. Ich bin auf dem Dach. 3, 2, 1. Nein, ich bin wieder auf dem Dach. Ich bin drin, ich bin drin. Ich habe es geschafft. Ich habe es wenigstens reingeschafft. Komm, stopp, bitte, bitte, bitte. Boah, ich habe es auch geschafft. Aber ich hoffe, dass das Berg und das Schiff wird... Komm. Oh nein, was ist das denn? Ah. Oh, das ist kaputt. So eine Scheiße. Ah, die haben es kaputt gemacht. Aber egal. Das war auf jeden Fall witzig. War auf jeden Fall eine krasse Runde, ey. Ja, die war auf jeden Fall Action geladen. Das muss ich auf jeden Fall zugeben. Auch wenn ich mega schlecht war. Ja. Die war auch richtig schlecht. Piloten-Kills 2, Verluste 11. Ich habe 3 zu 6 gespielt. Aber es ist auf jeden Fall eine Steigerung. Zu letztem Mal. Auf jeden Fall. Ich denke, was werden jetzt auch viele Leute in die Kommentare reinschreiben. Ihr los, ihr los. Ihr seid richtig kacke. Aber Leute, chillt mal. Wir sind ja noch am Anfang. Ich bin ja gerade mal Stufe 4. Ich bin jetzt Stufe 9 fast. Ja, korrekt. Okay. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende des Videos angekommen. Wir hoffen natürlich, dass es euch Spaß gemacht hat. Und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Projekt so haltet. Oder von dem Spiel so haltet. Habt ihr es vielleicht selber. Könnt ihr mal einfach in die Kommentare reinschreiben. Und ansonsten würde ich sagen, schaut auf jeden Fall bei den anderen beiden vorbei. Links finden wir ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Jo. Tschüss. Ciao da rein. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.